So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play, ähm, ja, ne, hier, Hexer und so. Aber wir sind immer noch hier, ganz normal. Oh, fuck, 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 fuck. Wenn du jetzt stirbst... Na, du hast Glück, du stirbst irgendwie nicht. Oh, nein, geh weg. Wenn du jetzt stirbst, sag ich dich echt so aus. Weil dann hast du auch keinen, der dich mehr wiederbeleben kann. Weil Mindstorm LPs ist nicht mehr da, ne? Vor allem, das ist voll erbärmlich. Ich muss manchmal Videos, zum Beispiel meine zweite und dritte Folge ist so, ich muss Videos raushauen, die ganze zwei und drei Minuten lang sind. Ah. Also, das ist nicht so toll. Oh, scheiße. Ich habe jetzt drei Leben, regenerier nicht mehr. Einfach so eine scheiß Spinne, älter. Durch so eine Giftschwebe, ne? Ja. Ah, ja, kenn ich. We let the champagne rain on you. That's the way we do. Komm, lass, lass fahren, lass mich. Toll. Mein Boot geht kaputt, mitten auf dem Weg. Toll. Ich bräuchte mal Holz. Ich, ich nehme mal ein bisschen... Holz von dem Piratenschiff da vorne. Wo irgendwie 10.000 Skelette sind, wo ich gerade feststelle. Oh nein, ich verreck jetzt, ja. Verreck. Weiß. Fuck. Fuck. Hier ist ein Skelett, Boss. Klar. Ein Skelett hat mich angeschossen mit 80 Leben und hat mich gleichzeitig vergiftet. Fuck. Und gewittert. Willst du mich verarschen? Fuck. Seit wann wird ein Skelette denn bitte? Das ist so eine Enchant-Ding-Dings auf dem Bogen. Ja, klar. Aber das sind halt diese Boss-Skelette oder die sie mit den speziellen Effekten hat. Ich hasse das. Das sind genau die, die man besonders dolle hasst. Vor allem, wieso kommt es gerade zu mir? Ich muss nur meine Sachen zurückholen, bevor die die spawnen. Fuck. Irgendetwas, was mir Essen bringt. Wie kamst du auf deinen Namen Nice LP? Wegen von Mais? Das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Und zwar, ich bin, ich hab halt, hab halt eine Schule, weißt du. Oh, eine Schule. Ja, ja. Gehört die dir? Ja, nicht ganz. Okay. Und auf jeden Fall war es einfach so, dass ich mir so gedacht, also da hatte ich so Englisch-Aufgaben auf. Und da war so ein Kreuzwort-Drehzel drin, so. Ich bin nicht das so, ne? Mhm. Da hast du so durch, ich hab mir so gedacht, so, ja, machst du den Scheiß immer fertig? Und ich bin so einer, so, wenn ich Kreuzwort-Drehzel mache, ist es immer so, dass ich mir irgendwas dann angucke, was es dann noch so gibt, weißt du? Ja. Habe ich so gesehen, so, ich so, Ace LP, ist ja geil, hört sich gut an, ne? Wenn ich mal irgendwann mal YouTube mache, benutze ich den Namen. Ja, okay. Einfach voll die Zufallsgeschichte. Ja, ja, gut. Das ist, das ist zufällig erstanden bei dir. Ähm, was ist das? Und bei dir? Ähm, ähm, ne? Mustapha? Und Spitzname Musti? Und da, äh, daher kam ich auf Mausti Games. Weil es anhört, wie Musti, aber nicht so geschrieben wird. Ja. Äh, ich würde sagen, meine Folge beende ich jetzt auch mal. Du hast meine Folge, lag eine Bewertung, also voll cool. Und, ja, dann. Pech gehabt. Bis jetzt mal, tschau. Gut, jetzt hast du deine Folge beendet, ich meine nicht. Dann fang ich jetzt halt mal mit der Neun an, ne? Ja, musst du halt. Nächste Video und herzlich willkommen zur neuen Folge. Hexer, wir spielen heute mal wieder mit Mausti Games. Hallo. Jo. Ich hab grad übrigens das coole Dorf gefunden. Ich hab jetzt auch mal wieder Essen gefunden. Scheiß Skelett, ich raste auf. Du schlägst mich, du Piss, Skelett. Flieg rund und stirb. Das regt mich halt grad. Das ist wieder hochgelaufen. Das regt mich halt schon grad voll auf. Die kommen irgendwie nur, um mich hier zu schnetzeln. Was ist los bei den Menschen? Und nicht mal Menschen. Das sind komische Zombies. Was wollt ihr Zombies von Mia? Ich hab übrigens grad Redwood gefunden. Ich find mich grad, ich feier mich grad so doll. Okay, gut, dann kannst du das ja abbauen. Oh, ich hab jetzt mal irgendwie eine Axt und dann bin ich glücklich. Yay. Och nein, das ist richtig scheiße. Good job. Komm, Zombie. Wäre... Ach, ich raste aus. Och, das ist richtig scheiße. Meine wievielte Folge ist das? Meine zehnte vielleicht oder so? Bin schon wieder drauf gegangen. Oh nein. Ich halt, ich halte meinen Durchschnitt. Weiter so. Na gut. Ich beende dann hier an der Stelle meine Folge. Ähm, bis zur nächsten Folge. Und adieu. Das ist ja. Das war's für heute.